Hallihallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Eat All The Things. So, wir versuchen uns nochmal an diesem Level, das kommt mir schon ziemlich bekannt vor, was wir hier anfangen, aber naja, ähm, wie kustig dieser Schlüssel ist. Woher habe ich ihn jetzt gerade nicht mal berührt? Er hat quasi mich berührt. Und da liegen wir auch schon drin in der Soße. In der scharfen Chilisauce. Ein Kuchen hat in der scharfen Soße nichts verloren. Das ist allerdings richtig. Wie soll man denn da rüberkommen, um Gottes Willen? So, alles verschwunden. Gut. Ich versuche jetzt mal, die Maus so einzustellen und nicht mehr loszulassen. Kann ich das? Moment mal. Kann ich die Maus? Controller, no, na, 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 na. Start, Rattiger, Maus. Das ist horizontal. Aber ich kann die Maus nicht irgendwo... Ne, ich kann die Maus nicht irgendwo einstellen, die Geschwindigkeit, schade. Nein, ok. Hätte ja sein können, dass ich die ein bisschen langsamer stellen kann, dass ich die besser hier justieren kann. Ah, ich hätte warten sollen. So, ok, ich mach mal die Kamera so. Ah, verdammt, ich müsste mich mal hier rüberschießen mit E, ne? Das sollte ich vielleicht mal anwenden. So, hier nochmal hüpfen. Und dann aber hier hüpfen. Ah, natürlich in die richtige Richtung. Was gar nicht so einfach ist auf einem drehenden Süßigkeiten-Dauerlutscherding. Nein, nein, nein! In die falsche Richtung. Nein! Ah! Falsche Taste. Schiff gedrückt nach unten. Ja. Was ist denn da schon wieder los? Ich hab hier schon wieder lecker Lippen zu essen. Hä? Hä? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, und zack. Nein! Jetzt, warum drück ich schon wieder Shift? Ah! Ah! E wollte ich drücken. Oh, dann drück ich Shift. Oh Mann. Mir hat doch immerhin ins Gehirn geschifft. Nein, wieder, wieder, was, 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 was immer wieder, du, äh. Oh mein Gott, oh mein Gott daneben, ja klar, das ist echt, echt fies, jetzt werde ich gerade auch noch schnell, gleich mal fangen zu erfallen, und, 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 nein, diese Kamera, diese Kamera, die braucht so furchtbar lang, die ist so behindert, die Kameraführung, das geht und, nein, es ist auch okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein. Nein, 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 tu das nicht. Nein, da war noch ein Schlüssel, habt ihr gesehen? Da war noch ein Schlüssel, ja, ja. Und jetzt geht es gar nicht mal weg. Ich wollte nur warten, bis die Zeit abgelaufen ist, dass wir das Ding wieder gestartet kriegen. Die Zeit ist hier nicht sonderlich lang. Mal klassisch wieder daneben gesprungen. Kein Problem. Man braucht schon sehr viel Geduld für dieses Spiel. Ruhige Nerven und Geduld. Vor allem wenn man die falschen Tasten drückt. Hier. Aber wer mich kennt, der weiß, ich kann sehr viel Geduld haben. Ich kann sehr viel Geduld haben. Ich habe nicht immer sehr viel Geduld. Bei manchen Sachen überhaupt nicht. Wenn es darum geht etwas zu kaufen, was ich ganz dringend jetzt sofort brauche, dann habe ich 0 Geduld. Weniger als 0, dann habe ich minus 10 Geduld. Dann zahle ich teilweise lieber einen höheren Preis, um es direkt im Laden gleich mitzunehmen, anstatt zu warten, bis es online bestellt ist und dann da ist. Einfach nur, weil ich es nicht erwarten kann. Nein, nein, nein! Nein! Diese Kameraführung. Ich dreh nur durch. So. Nein, 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 nein! Boah! Voll daneben gesprungen. Im Superman-Style-App. Daneben rausgeflogen. Ja. Kann man auch mal machen. Warten wir jetzt schon zum 10 Mal. Ja. So. Nein, 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 nein! Zu früh! Ah! Zu früh! Zu früh! Zu früh! Viel zu früh! Ah! Also die Zeit hier ist echt am kürzesten. So, Autsch, okay, Ruhe, okay, die halten ziemlich lange, nein, runtergerutscht. Oha, sorry für den riesen Ausschlag gerade, im Audacity, da läuft sogar schon die Katze rein und denkt, oh, was ist denn los? Was tut der da, warum schreit der so? Hat er sich verletzt? Hat er sein Gehirn wieder verletzt? Nein! Ja Katze, ich hab mein Gehirn wieder verletzt. Draußen regnet es schon wieder, schön. Sommer. So, zack, und zack. Nein, 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 eine falsche Seite. Äh, ja. Irgendwie zu weit gestanden. Mama, wann ist die Folge endlich vorbei? Wir kommen wieder zurück. Wir kommen wieder zurück in Höhe, wir kommen wieder zurück in Höhe. Ich bin wieder zurück und habe wieder zurück in Höhe, wir kommen wieder zurück. Ich muss nicht mehr, aber wir sind wieder zurück. Wir machen weiter zurück, wir machen weiter. äh, nein Nero Geh, in Polk Sprüge Was ist denn hängen, was du da Verrückte Katze Okay Ähm, ja Das ist hier So Ist der gerade Einfach mal auf den Schreibtisch geübt Nein, 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 nein Ein bisschen daneben gepasst Aber sonst, äh, ganz guter Run Nein, 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 nein Nein, gut, vielleicht kriege ich es ja dann nochmal ausgelöst. Als ich da bin, ist es wahrscheinlich weg. Na, Kai, jetzt sehe ich nichts. Plumps. So, jetzt ist es auch alles wieder verschwinden. So, kleine Luftverzauern benutzt. Nein, 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 so knapp daneben. Ein Zentimeter, ein Zentimeter, so viel. So viel daneben gibt. Spiel, du machst mich wahnsinnig. Oh, 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 oh. Nein, 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 oh, oh. Okay, 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 okay. Die Ruhe, die Ruhe, die Ruhe, die Ruhe. Da. Oh, ich habe es geschafft. Was habe ich gemacht? Oha. Was hat denn da alles aktiviert? Was soll man denn da rankommen? Hör doch mal auf. Ach, mit dem Eisding. Ah, geil. Ich kann dann auf Lava laufen. Ich soll es vorher holen. Ich kann auf Lava laufen. Geil. Okay, ich habe sie alle, oder? Ja, ich habe sie alle. Okay, das hätten wir geschafft. Ähm, okay. So, jetzt gilt es, hier hochzukommen. Wie mache ich das? So. Ah, okay. Und dann so. Still more goodies to eat. Haben wir das gemacht? Nö. Aber das haben wir auch geschafft. Hui. Okay, jetzt wieder so ein Speedrun-Ding. Brauche ich das? Kann ich das jetzt gebrauchen? Nee, ich glaube nicht. Da fliege ich dann wahrscheinlich noch viel mehr runter. Mach ich lieber erst mal so. So, abgegeben. Ich glaube, mit dem Speedrun wäre ich hier einfach viel zu schnell. Oha, okay. Oh nein, das habe ich verpasst. Ähm, okay. Knapp. Knapp drücken. Knapp. Hey, ich habe doch was gegessen. Hier rein komme ich auch noch nicht. Hier ist so ein Töbchen. Ähm. So, jetzt bin ich hier. Ja. Hä, das Sandwich ist weg. Habe ich das geholt? Ach, das habe ich, glaube ich, geholt. Ah, das war weg hier. Ah. Der Zuckerstangenkäfig war weg. Ich habe das Sandwich geholt. Und, äh, hier wird das Meer überwacht. Worum auch immer. Sehr merkwürdig. So, ähm. Wo könnte ich was zu essen kriegen? Diese Sandwiches, dazu bräuchte ich ein Flieggerät. Flums. Was passiert, wenn ich zu diesem Meeresüberwachungsgerät hinfliege? Hinschwimmen? Geht das mit? Wird das... Ich kann da gar nicht hinschwimmen. Da ist eine unsichtbare Wand. Schön. Kann ich hier rumschwimmen? Hier kann ich rumschwimmen. Ja, toll. Ach, hier ist auch wieder alles weg. Schön. Aber hier war doch ein Fliegeteil, oder? War hier nicht ein Fliegecupcake? Oder was war das? Ein Ice-Cupcake? Ach, ein auf Wasserlaufen-Cupcake. Aber was bringt das Meer? Es bringt mir gar nichts. Auf Wasser zu laufen. Ja, jetzt ist die Frage. Was machen? Magen leer machen. Können wir sowieso. Ist egal. Hier komme ich schnell und kann offensichtlich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Könne ich hier überhaupt was tun? Ich komme... Da drüben komme ich nicht. Lass mal sehen. Ja, geh weg. Hier komme ich nicht hoch. Weil da fehlt das, was nach oben geht. Hier, dieses Ding bringt mir gar nichts. Hier habe ich mir das vorgemacht. Vorhin war ich da drüben, glaube ich. Okay, das muss ich dann nochmal überprüfen. Aber das, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Time to play hier bei Eat All The Things. Und dann gehe ich mal nochmal hier runter und schwimme mal da um die Ecke. Da war ja auch noch dieses Ding. Vielleicht komme ich da doch noch irgendwie hoch. Mal schauen. Wir werden sehen. Bis dahin, macht es mir gut, meine Freunde. Tschüssikowski und ciao.